Was ich in langer Zeit nicht wusste, um genau zu sein bis vor 2 Leveln, also bis 48, es gibt ja die Möglichkeit beim Barbaren nicht nur 4 Waffen auszurüsten. Genau, es gibt ja auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel wie unser Boni hier zeigt, auch bald 2,5 Sekunden lang in den Berserker Modus, nachdem ihr 10 mal die Waffe gewechselt habt. Jetzt habe ich mich natürlich gefragt, wie funktioniert das überhaupt mit dem Waffenwechseln, weil wenn ich eine Fähigkeit mache, dann nimmt er einfach irgendeine Waffe, oder? Kann ich hier irgendwie eine Taste drücken? Natürlich können wir keine Taste drücken, um die Waffe zu wechseln. Was wir aber machen können, ist, wir drücken einmal S, standardmäßig, und kommen in dieses Menü. Dort sehen wir unsere Fähigkeiten, die wir gespielt haben. Aber wenn man hier zum Beispiel guckt, es fällt nicht sofort auf. Man muss runterscrollen und dann sieht man Arsenal Auswahl. Wenn man jetzt unten guckt, haben wir ja links Fertigkeitszuweisen, in der Mitte Waffe wechseln und Fertigkeitsbaum anzeigen. Wenn ich jetzt also die mittlere Maustaste drücke, sehen wir, dass ich die Zuweisung der Waffe ändere. Dementsprechend solltet ihr das bei allen Sachen hier einstellen, wo es möglich ist, die unterschiedlichen Waffen zu nutzen.